Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fick dich Mach doch Zu einer neuen Runde Uno Vier gewinnt Vier gewinnt Fünf gewinnt Zu einer neuen Runde vier gewinnt Dann macht ihr doch die Antwort Warum macht ihr denn nicht die Antwort? Mach doch mal Ja komm der Eitatsch macht die jetzt Der Eitatsch, der kann das, der hat Übung von ARK Und go Hallo liebe Freunde Wir sind hier mal wieder Am Start bei Rainbow Six Siege Und mit dabei wie immer Ist einmal der Kim Dann der Bönli Und unser Gott Woll Warum wusste ich, dass wir im Keller sind? Erstens sie sind unten, zweitens Alter wie kannst du so ekelhaft gut drauf sein Oh man hey Leute Leute ich hab's vorher noch gesagt Wenn ich einen Sniper nehme dann sind sie hundertprozentig wieder im Keller Mä, 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 mä Ja es war so klar Mä, mä, mä Ich bin dann völlig falsch in einem des Flugzeugs glaube ich Ich auch Das ist gut Da bist du richtig Oh Gott da ist einer gestorben Oh Bären fallen, Bären fallen Bären fallen Das wäre so geil wenn man die Bären fallen mit Mit die Drohnen auslösen könnte Ja Das wäre so gut Wenn ihr unten rein müsst Na ja Dann geh du doch Ich geh alleine nach unten Genau Sie waren halt schon hier oben Geht da Oh Gottes Willen Warum kommt der da auf einmal raus? Aber es war nicht geil Der hat so geguckt und dachte ich Oh ja ist nix Oh scheiße Ich hab ne Blend Ich warte ich versteck Ich wollte grad sagen Im Blend Sieht gut aus Achtung deck mich mal Ich fahr mit der Drohne vor Ja Ich hab da Bisschen Schiss Äh Eitatsch wir sollten nicht direkt hintereinander stehen Ja Das stimmt Oder wir stehen direkt hintereinander Acht mal die Kamera aus noch Welche denn? Ja die oben Ja ich hätt'n es Böndi die ist rechts oben Ich hab sie Was rechts oben? Hast du sie auch wirklich? Ja Achtung der ist hinter der Wand Hier Hinter welcher? Hinter der eine Wand da könnt ihr durchschießen Hinter der Wand hier Boah scheiße Warum? Warum hast du ihn erschossen? Weil er mir voll den Schuss rein dreht Geil Alter Was war das? Ah Ich sag's ja Einmal mit Profis ne Er ist übrigens nicht mehr da Echt jetzt? Ah ne Ich bin auf der Ich bin ziemlich Doch der ist immer noch da Ich bin Ich war Sorry Ich war ne Kamera Die genau Das war aber ein anderer Der jetzt da rockt Naja Richtig guter Ich mach den den noch Ein guter Tag in den Chart Hat noch keinem geschadet Ich mache den E-Touch So gut Gerade eben die Meldung bekommen Kein Feind entdeckt Und BAM Oh schade E-Touch da war der Gegner noch Perfekt vor dir Nein Ich weiß Guck der nicht mehr da Der kommt da Der kommt da nicht mehr Das ist so traurig So jetzt böhen wir Strasher Oh Links Links Jawohl Was war da hinter dir? Irgendwas war doch da hinter dir grad Hinter mir Hinter Böhn Ja Ruin the loot Sieht doch gar nicht so schlecht aus Ja Böhn fangen wir mit ner Drohne vor Oder so zum gucken Am besten so dass Da hast ne Bärenfalle auf ihn Ah ne Bärenfalle ist von der anderen Seite Ach Bärenfalle von der Seite Von der Seite Ist doch egal Ich würde die Drohne so gern steuern Ihr könnt auch auf der Auf der anderen Seite Könnt ihr ein bisschen durchbrechen Wenn ihr Glück habt Komm mal Ja genau Nein 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 Wartet der Böhn soll da Links aufmachen Also hier links Okay Böhn Geh mal rechts lang Und dann durchschämmern Ja aber ich Da durchschämmern Rechts nein Neben der Treppe Neben der Treppe Rechts neben der Treppe Hier Hier durchschämmern Aber Das Problem ist Dahinten ist die Wand Kunde Auch mit Ja gut Das war 50 Chancen Sagen wir 70 40 Sagen wir 90 100 Andere läuft oben Ich glaube Ich glaube der sieht dich Als erstes Böhn Ja da oben ist auch reinforced Weil Böhn sich ausgerechnet Oh das ist gar nicht so schlecht Da machst du nämlich unten ein Loch rein Achtung Loch Musst du rüber gucken Musst du Seite lehnen Machst du Guck durch die Loch Da Gute Loch Das ist schon wieder mega buggy Bei mir hat der Böhn gar keine Waffe in der Hand Der Böhn schießt halt gerne mit seinem Finger So soll ich mal Ah Böhn ferne Böhn ferne Soll ich ne Blendgranate mal reinschmeißen Schmeiß noch ne Dings rein Ne EMP Ja Oh 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 Eintatsch Schmeiß ne EMP rein Ja komm Böhn You get it Ah fuck Ja da macht er jetzt Ganz hinten durch Nehm Pistole Eintatsch Leute ihr müsst euch jetzt beeilen 13 Sekunden Jungs Rech auf und lauft rein Ja Komm Und rein 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 Oh Hat sie vier Ja ja Und tot Ja Falle Achtung Ja wir haben sie vor allem gesehen Ehrlich Wir quatschen ein bisschen zu viel würde ich sagen Ja ist das nicht toll Ah Ragdoll ist einfach für den Arsch War ein Level 1 Popper doch Na ja also Level 1 ist ja nicht gleich Level 1 Man kann auch ja immer Level 2 sein Oder man ist Level 2 Oder Oder Der ist massiv brutal Du meinst du deine Nazis Ja Nazis Alter die Folge ist ja der reinste Quatsch Also bisher Alter Zeig dir deine Dinger auf Für Zum Reinforced Wände dann Zumachen Die Mutes Scheiß drauf ob sie das Ding finden oder nicht Ja das werden sie sowieso finden Also die sind schnell hier oben dann Also du meinst ich soll keine Nein nein Spar dir die für die Reinforced Wände auf und so weiter Dass sie hier nirgendwo Wand auf zu vermeiden können Okay Hey Leute ich leg mal hier so ne Bar der Mathe aus ne Mach so typisch Deutsch Mach einfach so mal Deine Hand hoch Einfach reservieren Hey ist eigentlich eine hochgegangen Ich bin oben ja Machst du oben zu Äh wir bräuchten nochmal eine Reinforced Ja ja hab ich Geh mal da weg Alter Weg Was denn Zehn Sekunden Da war was fieses Das war nicht der lustig Alter hier hat da oben doch keiner Reinforced Ich bin noch dabei Wo soll ich ne Bärenfalle hier machen Ja hier dazwischen unter meinen Stachelgrad Ja warte mal warte mal warte mal Ich mach hier noch eine hin Soll ich irgendwo zu E4 nochmal hinpacken Ah ja das ist ganz gut Spaß dir auf Okay Einfach ins Gesicht Haha Guck mal wie geil ich die Bärenfalle da gelegt hab Mega gut So ich hab auch hier viele aktive defensive Systeme drin Können sie uns nicht so leicht wegbomben mit Fuse oder so Super Very nice Hä? Ach Gott Ah Böhn hat schon einen oben Böhn du bist ja ein wildes Tier bist du Fast vergessen Hehe Ja Keinen kleinen Glatz Sooo Ich hab zumindest keine auf dem Flügel gesehen Theoretisch könnten sie auch von unten kommen ne Wie geil ich mir eine Falle da drapiert hab Ach klar Versuchen sie durch das Lol Da hat sich selbst gekillt Ich würde von einer Twitchrunde an Irgend bei dir sind sie Bei dir sind sie Du bist ja Vogelwild Der macht heute alle Platz 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 Dein Ace Oh Böhn hat echt einen Ace oder? Wir haben einfach ein bisschen gut gesaved einfach finde ich Bis auf den einen der sich selbst gekillt hat Ah stimmt Aber selbst der kriegt er den Kill für Nein ich hab in der ersten Runde einen kill gemacht Nee er hat vorher in der ersten Runde einen gekillt Achso stimmt wir hatten ja ne Ne Ich war grad schon wieder gedanklich ja Wir hatten ja ne Erst eine Runde Alles auf Ansatz Auf Ansatz Ein Satz Ja verteidigen war diesmal relativ schnell durch Nice Danke Böhn Danke Böhn Wir hatten voll wenig zu tun Also ganz ehrlich Über mein Effective Defensive System Hab ich noch ein bisschen Punkte gekillt Effective Defensive System Aber du musst das Dir fehlen trotzdem ein paar Punkte Echt? Ich weiß es nicht Der wisst ihr eigentlich noch Polofinos können einiges Danke Wir wussten nicht mehr genau was sie können Und ne sauber und ne sauber Bitte im ersten Stock wischen Okay wir wischen im ersten Stock Sie sind vorne in diesem Zwischenraum Ah da Also ein weiter als wir waren vorhin Der Biogefahrgut erlter wurde lokalisiert Ich bin so stolz auf dich Bitte Ausschau nach Lurkern halten Was? Lurker? Frost haben sie Hi guys Au Was soll denn das? Ihr müsst doch nicht gleich auf kleine wehrlose Drogen schossen Das finde ich nicht sehr nett Das ist auch immer scheiße Ah guck mal den hab ich sofort erkannt Das war ein Blitz Einer fehlt also ist einer wahrscheinlich oben drin im Braun Seine zum Standort des EU-Fahrgut-Behälters Wir sollten Wir können ja von oben rein ne Ich geh beim fliegen Haben wir ein Termite bei uns? Ja mich Hierbolle Ich geh mit dir Diesmal bin ich auch außen Diesmal erschießt dich nicht sofort Nö Das wäre ganz nett Ich geh auch woanders hinten Gehen wir vornerein? Ja ich bin dabei Gehen wir ganz vornerein? Würde ich vorschlagen okay das ist dann direkt hoch gehen das ist schon ziemlich geil da bist du direkt dann im gefecht aufpassen so hier sieht wow clean ich mach mal hier auf ja von der letzten runde wurde wo ich mein fuß anbringen wollte und der typ dann da durch gefeuert hat da auch einer drin passt auf den locker auf ihr so ungefähr der locker muss oben drin sein ganz oben schön der kommt direkt um die ecke ja gut das klima aus voller okay mach du doch hier also da müsst ihr sein moment ich schicke mir eine drohne vor also unter der castle wand durch ich habe einfach ich würde einfach nur mal kurz reinschauen warte mal ich schicke eine drohne vor ich guide dich ich glaube ihr müsst aufpassen dass keiner von hinten kommt weil der hat irgendwie die dachluke aufgemacht nach unten einer ist hier oben ich habe ihn markiert der kommt noch nicht gesehen ich habe ihn direkt über dir markiert wo ist denn der die meisten sind im raum drin ich glaube der ist rechts von mir hinter uns ist keiner ist nichts offen hinter uns ist alles zu da oben rechts die treppe da kam eben eine runde wir müssen hier mal ein bisschen gas geben habt ihr den typen ganz oben ja oder ich komme mal hinterher Achtung Böen ich brauche auch was nicht auf dem hinter der Kasse und ich darf mal eine nade durch hier ist clean oh hey Cam ich könnte hier mal Hilfe gebrauchen wo ist hier da da ich habe gepinkt siehst du es soll ich da mal durchschießen mal kurz da ist was da ist was da ist was da hat irgendwas aufgemacht ich wollte gerade aufmachen das ging aber nicht ich glaube ah doch da ist was wow der Drecksack hier ist aber noch was wow fuck fuck bolle bolle da wo du warst eben gerade du weißt doch wo ich draußen lag da ist direkt einer ich habe keinen keine Chance gehabt hey wir sind rein das Zeit ist um ja beeilig der läuft hoch der Achtung er ist an der Treppe markier ab ah scheiße nein ich habe ihn zur Hälfte angehittet Achtung er kommt runter ihr müsst da schnell rein ihr müsst da schnell rein bei der Treppe Achtung kommt einer runter noch ein Gegner übrig vor allem jetzt in den Raum rein schnell in den Raum rein er ist im Raum drin einfach rein der ist hinterm Schild ach verdammt wieso seid ihr denn nicht reingegangen ich komme doch gar nicht rein da du hast doch ne Hammer gewinnt ja aber gegen Reinforced ja gegen die Kasselwand komm schreiben wir mal ab und der Platz kann noch durchschießen wir haben uns zu viel Zeit gelassen wie immer immer das gleiche Problem mit euch vorhin auch das sagt der der einfach die Tür nicht aufmacht ich habe vor euch schon dagegen gehammert da ist irgendwas hinten dran da kann nix hinten dran sein nein mit dem Sledge kriegst du die Kasselwand immer auf echt jetzt dann habe ich vor daneben geschlagen vielleicht ja aber an den Rahmen wahrscheinlich so ding ich dachte nämlich auch als du ich habe nämlich gesehen bei dir dass du drauf geschlagen hast und ging nicht auf ja eben ja wahrscheinlich das ist manchmal so ein bisschen buggy ja wenn du so ein bisschen am Rahmen triffst ist das Interessant für das Buch das ist ein bisschen aber wir haben keinen Castle negativ negativ ich habe kein grünes Licht zugangssperre scharf gemacht abstand halten gut alter alter schalte hier noch die dinge auf ein bisschen die mutes gell Die Wand wurde verstanden. Die Gegner haben die Vierer lokalisiert. 10 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Hier warte. Nein, 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 nein. Warte, mach da lieber einen Schuss drauf rein. Hier. Warte. Da verdammt er wieder nicht. Ja. Noch eins? Noch eins? Ja, rechts davon. Optimal, ja. Gut. Macht das Sinn? Gute Frage. Das macht wirklich Sinn. Ich glaube, ich leg mal C4 irgendwo noch hin. Ja, warte, spartest du C4 auf und dann schmeißt du sie durch oder so. Twitch Drohne unterwegs. Da kommt jemand über die Haupttreppe bei deinem Schussberreiter. Achtung. Da habe ich einen Schuss noch. Alter, du weißt schon. Ach, bei dem. Was denn von der Treppe? Ja, ja, da kommt gleich jemand. Ich habe ihn hochlaufen sehen. Wird jetzt den Störsender ausgemacht? Ganz ein Ding. Ich komme wieder zu euch. Ich habe ja meine Füße gesehen. Soll ich mal C4 reinwerfen? Oh, da kommt jetzt was. Weiß jemand, wer das so alles an Gegnern ist? Das ist ein Scham. Wow, 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 wow. Kim aufgeschlagen. Kim, das wird über dir gewesen sein. Ja, ja. Ich kreuz dich, Kim. Ich gucke direkt zu dir. Da kommt eine Drohne rein zu dir. Kim, ich bin hier über dir. Ich bin hier über dir, Kim. Okay. Okay. Da sehe ich doch was. Achtung, da steht einer direkt vor der Tür. Ja. Fuck, da kommt was. Müll, äh, I-Touch hast du den? Ja, ja. Ich muss nachladen, warte. Ich müsste ihn gleich haben. Da ist kommt was zu dir, Kim. Komm was zu dir rein. Hey, ihr Pisser. Hi, Böhn. Da ist immer noch jemand an der Tür. Ich habe einen angehittet, aber ich weiß nicht, wo der hin ist. Achtung, gib mir Dreckung, ich mache jemand zu. Ja. Ich mache mal ein bisschen Angst. So, wieso bin ich denn eigentlich so hart angehittet? Warum ist denn hier auf? Wo? Da direkt nebendran hier. Die Wand? Ja. Ja, da ist irgendwie was schiefgegangen, glaube ich. Aber macht ja nichts, ne? Komm hier. Ja. Habt ihr das Loch zugemacht? Letzter verbleibende Gegner. Komm, einer noch. Den hole ich mir! Alter, wir alle ausschwärmen. Ich bleib beim Ziel. Gute Idee. Ich bin hier übrigens mal in dieser oberen Luke. Ja, das könnte vielleicht eine mal Camps showen. Soll ich mal Kameras gucken? Na, warte mal. Wer hat da gepinkt? Ich, auch zu sehen. Auf den Kameras ist er nicht. Bönli, bist du ganz oben? Ganz oben, da war niemand. Na, da war ich jetzt gerade eben. Der muss jetzt eh rushen. Ja, ich guck auf den Haupteingang bei der Treppe. War schon einer ganz unten? Unten ab. Hier hast du Steps. Hast der Böhn über. Ja, ich bin hier oben. Und ich bin ganz unten. Nur noch 15 Sekunden. Ja, Haupttreppe, Haupttreppe. Komm durch die Tür. Durch welche Tür? Ja, ich kriege. Es dauern noch 5 Sekunden. Jaaaa! Ah, der wollte ich mir unbedingt holen. Mega gepusht einfach. Was da glatt, oder war das? Ich? Es. Was dein Sack, ey. Ja, ich dachte irgendwie, irgendwie muss ich doch in der Runde noch ein bisschen was zeigen hier. Weißt du, da habe ich so eine souveräne Falle gestellt. Und dann sind wir wieder Angreifer. Bis jetzt sind wir wieder Angreifer verloren. Und dann sprengen die Schweine mir auf der Seite das Loch auf. Das ganze Fall ist obsolet. Das ist doch einfach. Das ist jetzt immer der Angreifer verloren. Ja gut, aber diesmal haben wir verloren. Also es war zu viel Zeit. Wir haben aber nur verloren wegen Zeit. Ja, stimmt. Wobei die auch. Nee, die haben verloren, weil sie einfach verreckt sind. Weil wir so skillig waren. Richtig. Angriff! Wir haben die Bombe. Wir haben die Bombe. Wir haben die Bombe. Nein, haben wir nicht. Ich weiß, wo sie sind. Da, wo wir waren. Tore. Ey, wieso hier ist in der Liste? Da steht ja auch in der Liste. Also das hört man. Wenn man reinfährt, musst du halt hören, ob sie irgendwo leer machen. Weißt du? Punkte! Vier. Vier Leute sind drin. Einer ist lurken gegangen. Einer ist lurken gegangen. Einer ist lurken gegangen. Ja. Was ist das für ein Wort? Außerhalb von der eigentlichen Zielbereich. Fall. Eine Falle direkt bei der Bombe. Wie dumm ist die denn? Also der Kapkan ist nur außerhalb. Au! Ich bin gegen... Ah! Aha! Einer ist garantiert hier oben. Kann ich wette? Nee, nee, glaube ich nicht. Ich wette, einer ist unten in dem Ladebereich. Nee, der Kapkan ist als einziger außerhalb. Der ist in der Mittelstufe, aber chillt da ein bisschen rum. Dö... Er hat auf jeden Fall mal die Falle beingesetzt. Die Falle eingesetzt. Was ist nur eine Falle? Warte mal... Ich schicke mal ne Prinne vor. Achtung! Ich hab mal bisschen aufgeschossen. Ja, Achtung Leute, ich schicke mir mir eine Schottgrünne vor. Na. Guck mal nach rechts, dann. Ja. Alles erstes. Ja, im Cockpit. Ist er? Ja. Okay. Hat er dich gesehen? Ja. Zerstört? Nee, noch nicht. Ja, jetzt hat er mich im Cockpit gemacht. hat er sich auf dich konzentriert ja schon wir müssen ihn rushen da ist das euer ernst wir sind hier zu dritten ich bin rein hier könnte ich auftürmiten soll ich wir haben eine granate ja lass mal ich möchte einfach nur aufmachen damit wir eine option haben und als erstes kommt sowieso erstmal seine leiche runter dann sehen wir ob sie schießen ich schmeiße ich schicke mal ein präsent runter sie haben nicht geschossen ich schicke eine drohne rein weil er da macht eine granate ja ist eine gute idee ja du bist rein oder ich bin an der anderen seite rein ach das war der louis sorry kommst du hier zu uns wolle mal eixens aufsheim halten bitte ja 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 wo ist denn jetzt der louis da rumgekommen der ist auf der anderen seite runter gesprungen ok auf 3 versteckt euch alle ja ok bereit auf 3 3 kim wir haben die linke seite ich cover dich auf der anderen seite ich bin fast tot ich bin fast tot man mach den eingang auf ich sehe es hab ihn hab einen hab einen wo bist du unten ist da noch einer ist da noch einer ich weiß ich nicht kann sie sehen kann mir mal jemand helfen der kommt da hinten ach so da hinten war es schon auf stimmt ja ein gegner übrig hab einen böhn holst du sie nur noch ein gegner übrig ja bitte hilf mir herzlichen dank ok wir rushen ok moment warte ich gehe über links und hier geht über rechts rein ok alles klar fertig fertig auf 3 1 2 wo ist er wo ist er wo ist er wo ist er irgendwo mitten im raum mitten im raum aber warte mal recht linke seite linke seite jetzt links 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 da ganz hinten durch hast du ihn gesehen links 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 jawohl jawohl ungefähr hier ja war ok ne ja da hab ich ja noch hab ich noch mal ein paar käs gemacht hier das ja ne also war ganz gut ne also wir haben ganz gut gepresst ne und so hart erkämpfter sieg würde ich mal dazu sagen hart von victory oh ja liebe freunde das war's eine folge rainbow 6 siege mit den größten idioten aller zeiten 11 ich bedanke mich jedenfalls bei euch beim zuschauen hoffe es hat spaß gemacht und burnley du schwein ich stehe normalerweise in 1 danke bis dahin machts gut maybe fun be with you